so ein ganz herzliches willkommen zum neuen part zum neuen part hier von let's play MK8 Deluxe ein ganz herzliches willkommen ich habe Bock drauf euch ein bisschen mal von meinem Leben zu erzählen die Schädelungsfolge kommt jetzt und das ist die einzige das einzige Video das heute noch am Dienstag rauskommt also viel Spaß bis gleich ihr Lieben ich würde sagen ich fange mal an zu reden los geht ich habe einfach nur unterbrochen oder ein bisschen zu reden ja vielleicht freut ihr euch warum nicht so viele Videos mehr kommen auf einmal das liegt daran dass ich nicht mehr zu viel Zeit habe aber auch nicht mehr zu viel Ideen habe wie ich die Videos jetzt in den nächsten Tagen umsetzen sollte habe ich mir halt gedacht ihr Lieben Leute ist von heute ist das wär's zu machen dass wir jetzt alle zwei Tage nur Videos bringen heute ist Dienstag heute gab es heute gab es hier also 3-4 Videos mit dem Video haben wir so viele Videos heute gebracht morgen kommen keine Videos überhaupt keine Donnerstag kommen dann wieder Videos Freitag kommen dann keine Videos Samstag kommen Videos und Sonntag kommen keine Videos also heißt das dass wir jetzt alle zwei Tage keine Videos machen werden und keine und zwei Videos und alle zwei Tage doch Videos machen werden also alles gut ich hoffe ihr seid einverstanden ich brauche auch mal irgendwie eine Denkphase und wenn ihr euch jetzt fragt was ist mit mir los warum habe ich keine Lust mehr ich habe eigentlich noch Lust aber trotzdem fühle ich mich wegen der Abozahlen ein bisschen verarscht und ich glaube meine Arbeiten gucken mich nicht mehr gerne an da habe ich mir halt gedacht dass ich das dann so mache dass ich alle zwei Tage jetzt diese Woche nur Videos hochladen werde also nicht wundern ihr Lieben ich hoffe ihr seid euch einverstanden ich glaube schon wir schauen mal was nächste Woche so geht wir schauen mal ihr Lieben ich habe einfach nur Bock drauf ein bisschen mehr halt auch mal abzugehen dann nächste Woche die vorletzte Ferienwoche so halb halt und jetzt fragt euch auch vielleicht wann kommen die Projekte die du immer kurz erkundig hast ich habe leider ein kleines Problem ich habe mich ja jetzt entschieden ich habe mich ja ich habe mich ja dazu entschieden Mario und Luigi zu dann durch die Zeit jetzt im August zu starten das heißt das heißt jetzt erstmal ein bisschen warten sorry ich habe jetzt erst vor Ende August das Spiel auf jeden Fall zu holen und dann ist auch so bestellen also nicht mehr und dann ist auch nicht wundern ihr Lieben und dann kommt ihr ja dann kommt es dann enterprises auf jeden Fall und dann will ich nicht weiter So, jetzt geht es weiter, ihr Lieben, ich habe plötzlich nämlich ein Spiel bestellt, das wir uns dann den nächsten, ich denke mal, nächste Woche werden wir es dann auch bekommen als Familie. Und dann habe ich mir so gedacht, ihr Lieben, das wir es dann auch zu einem Display, das ich heute bestellt habe, das Spiel extra für uns, für die Community. Ich weiß, es kommen keine Videos mehr so oft in dieser Woche, morgens kommen gar keine und ja, ich habe es euch ja schon mal erzählt gerade, aber ich denke mal, ihr nachvollzieht auch das, ihr Lieben, also alles gut. Also, seid ihr Lieben, ich habe auch unter anderem kein Hell und Nährbär bestellt. Hell und Nährbär kommt bald auch irgendwann auf den Let's Play Kanal. Wir haben ja gerade Let's Play, Hell und Nährbär, Heid und Zieg im Laufenden. Also heißt das, dass wir, das leider nicht, bringen erstmal werden, vielleicht Ende August, ist, wir schauen mal, oder auch später erst. Mario und Tennis Aces, Mario und Tennis Aces und die anderen Spiele, die ich mir so kaufen wollte, die ich mir so nachkaufen wollte, werden auch leider erstmal nicht Let's Play, das du mir wirklich Leid, ihr Lieben. Es kam ein Vierschlag. Und Leo Sphere, Leggish Edition, kommt natürlich aber auch nicht, leider kommt das Spiel auch nicht erst. Mario und Tennis Aces, Leo Sphere 2 und Leo Sphere 4 Leggish Edition, Video Switch, leider geht auch nicht, da das, das das leider nicht funktionieren kann, wegen der deutschen Zone, weil man in Deutschland ein Wohlspiel nicht bescheiden kann, aber was egal ist, gleich geht es weiter, mit dem Spiel soll es kommen. Gleich geht es weiter, also. Gleich geht es weiter, also. Gleich geht es weiter. Gleich geht es weiter, also. So, jetzt können wir weitermachen, ihr Lieben, ich habe Bock drauf, was soll jetzt go? Genau, ihr Lieben, alles was haben wir jetzt noch zu besprechen, ich würde sagen, Dankeschön für eure Kommentare, das Gute ist, ich kann in den, nicht, wo alle Videos am Tag erscheinen, habe ich noch mehr Zeit, extra Level zu bauen für die Leute, die ich gerne mag, zum Beispiel Just Me, oder aber auch unter anderem Dark Angel, Octospader oder Rennepascalia, ich versuche da auch weitere Level zu bauen, außerdem habe ich auch noch ein spezielles Projekt, im August bin, also habe ich noch im August vor, nämlich ein Geheimnis Super Mario Mega 2 Projekt, und da könnt ihr euch auch schon mal ein kleines bisschen drüber freuen, wenn ihr an diese wollt, dann müsst ihr euch unbedingt auf meinen Kanal umschauen, dann müsste es ein Punkt Punkt, Punkt, Punkt Galaxy Level geben, und da erfährt ein kleines bisschen, schon ein bisschen dieser, was ich vorhabe, mit uns als Community halt auch zu spielen, also nicht wohnen, ihr Lieben, also Dankeschön, dass ich euch verstehe, ihr Lieben, ich weiß euch nur sagen, leider kommen erst die Projekt nicht, ihr Lieben, die ich geplant habe, es tut mir wirklich sehr leid, ihr Lieben, dass ich dieses nicht geplant habe, und auch leid, sie nicht bringen kann, erstmal, sorry, aber das Projekt, das ich schon seit einem Jahr ungefähr haben wollte, das können wir uns gerne, dann nächste Woche, wenn es kommt, wenn ich es auch habe, können wir uns das auch gerne angucken, also nicht wohnen, ihr Lieben, ich freue mich dann aber nächstes Mal drauf, wenn wir uns wieder sehen, morgen, und wie gesagt, am Freitag und auch am Sonntag kommen keine Videos, also nicht wohnen, ihr Lieben, ich freue mich drauf, bis zum nächsten Mal, Dankeschön, aber auch, bis zum nächsten Mal, und eine ganz kleine Information auch, ihr Lieben, für euch, wo ihr seht, müsst ihr euch schauen, ihr müsst halt an den 13. August 2019, also nicht wohnen, am 13. August, heute leider nicht mehr, aber am 15. August, am 13. August 2019, erscheint Bratelade bei Strachanie auf meinem Kanal, dann werden wir jetzt auch zusammen, let's play, bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch, ihr Lieben, und deswegen soll es zum nächsten Mal, und Dankeschön, dass euch, auch, dass ihr euch angeguckt habt, bis zum nächsten Mal, ich liebe euch, euer Video, das Leben, bis zum nächsten Mal, und tschau, ihr Lieben, und auf viel Spaß beim Halt euch rein, da, ne? Bohe dich rein. Bist du mal. Luca, Luca? Bist du mal. Vierir. 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 Bye, bye.